Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum ersten Mittwochstudio im neuen Jahr. Ein gutes Neues. Eine der beliebtesten Arten Käse zu geniessen ist das Raclette. Vor allem, wenn man auch mit den Zutaten ein bisschen variiert. Man kann nämlich zur Abwechslung Tomaten- und Peperoniwürfeli, Blumenkohlröseli im Salzwasser kochen und Zucchettischeiben im Pfändchen erhitzen, dann mit Käse decken und im Ofen hinein schmelzen lassen. Das Gleiche kann man auch mit Früchten machen. Das ist dann etwas, was vor allem Kinder gerne haben. Unvorstellbares Raclette ohne Herdöpfel. Darum nimmt man am besten die kleinen, runden, pintier Raclette, Herr Döpfel, die Ihnen die Coop in diesen praktischen Tragtaschen preisgünstig anbieten. Das Wichtigste am Raclette ist natürlich auch die Qualität des Käses. Er sollte sehr aromatisch, aber er darf nicht salzig sein und dann cremig und leicht schmelzen sollte er. Also genau so wie dieser Schweizer Raclette-Käse, den es jetzt bei Coop gibt und zwar am Stück und in Scheiben geschnitten zum Aktionspreis. Ebenfalls in der Aktion sind bei Coop aber noch weitere Käseangebote. Das Lioba-Fondue und das Gerber-Fondue, beides fixfertig. Eisagre-Jerzer, der Bär-Nidl-Käse, der Vaudoise-Jean-Louis und Tartare, der französische Frischkäse. Sie sehen also, Coop ist auch Ihr Käsespezialist. König sein für den ganzen Tag. Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Coop-Bäckermeister sind auf jeden Fall parat mit dem ofenfrischen, traditionellen Dreikönigskuchen, der mit reiner Butter gemacht wird. Rutschfest, trittsicher und ohne Nebenwirkungen für Tiere und Pflanzen ist das neue Coop-Finterstreumittel ohne Salz. Das Naturprodukt aus leichtem und griffigem Bimmstein eignet sich besonders gut als Antirutschmittel und lässt sich von Hand oder mit üblichen Streugeräten gut dosiert einsetzen lassen. Traumhaft schöne Bettwäsche gibt es natürlich wieder im Coop-Warenhaus. Achtet Sie doch auf den neuen Coop-Bettwäschprospekt in Ihrem Briefkasten und informieren Sie sich über die grosse Auswahl. Alle Angebote sind in der Qualität natürlich reine Baumwolle. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Für heute empfiehlt uns der Coop-Metzger ein Schweinsragout. Wir servieren es zur Abwechslung einmal im Reisring. Für vier Personen braten wir ein Pfund Schweinsragout im heissen Fett an. Wir geben ein Siebel dazu, streuen einen Esslöffel Mehl darüber und löschen mit Bouillon ab. Wir lassen das Fleisch während einer Stunde zudeckt auf kleinem Feuer weiter schmoren. In dieser Zeit haben wir den Reis Arborio oder Vialone mit einer Siebeln angedämpft und löschen mit Bouillon ab. In einer Ringform haben wir den fertigen Reis gefüllt, ein bisschen angedrückt und auf eine vorgewärmte Platte gestürzt. Zum Schluss wärmen wir eine Gleibüchse Erbschen im Schweinsragout, den wir dann im Reisring zusammen mit einem Salat servieren. Das Rezept, das wissen Sie, steht in der Coop-Zeitung. Einen guten! Und damit sind wir am Schluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend. Jetzt kommen aber noch die Coop-Aktionen. Achtet Sie darauf, es sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Gala-Frisch-Eier-Teigwaren im 500-Gramm-Beutel 40 Grappen günstiger. Zwei Dosen Midi-Eier-Ravioli à la Napoletana statt 540, jetzt 420. Drei Stück Servola statt 240 nur 1,95. 16 Goldstar-Fisch-Sticks statt 14 Uhr 340. Und noch morgen über morgen und am Samstag. Zweimal ein Liter Coop-Orangensaft statt 250, jetzt 1,90. Und zweimal ein Liter Coop-Greppfrü-Saft statt 280, jetzt 2,20. Jaffa-Greppfrü in den Tragtaschen, das Kilo nur 1,20. Auf Wiedersehen! Okay.